Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man vegane Chocolate Chip Cookies backt und die sind wirklich so unglaublich lecker geworden. Es ist jetzt nicht so ein Cookie, der so ist, so das schmeckt gut dafür, dass es ein veganer Keks ist. Nein, der schmeckt einfach nur gut. Und das Rezept ist so easy nachzumachen, also macht das auf jeden Fall mal nach. Viel Spaß beim Video. Als erstes nehmt ihr 50 Gramm Kokosnussöl, das nicht geschmolzen ist und 90 Gramm braunen Zucker und vermischt das. Dann fügt ihr 30 Milliliter Kokosnussmilch, einen Teelöffel Vanilleextrakt und zwei Esslöffel Apfelmus hinzu und mixt das Ganze, bis das eine schöne Masse ist. Dann gebt ihr noch 150 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz dazu und vermengt das Ganze am besten mit so einem Spatel oder einem Holzlöffel oder sowas. Und dann wird das so ein schöner, fester Teig und dann gebt ihr noch eure Schokoladenchips dazu, die natürlich auch vegan sein sollten. Und legt das Ganze dann in so kleine Häufchen auf ein Backblech und lasst es erstmal noch so 10-15 Minuten stehen. Und dann kommt das Ganze bei 190 Grad für 10-12 Minuten in den Ofen und danach müssen die Cookies nochmal etwa 10-12 Minuten auskühlen und schon sind sie fertig. Oh mein Gott, ich habe gerade diesen Cookie probiert und die sind unglaublich lecker. Außen sind die so schön crispy und an innen sind die so weich. Ich kann nicht mehr, das ist so lecker. Kleiner Tipp am Rande, man kann sich auch noch ein bisschen Keksteig aufheben und ihn noch zum Beispiel einfrieren oder einfach in den Kühlschrank stellen und dann am nächsten Tag machen, wenn man halt noch ein paar frische Cookies haben will. Und noch ein kleiner Tipp, das Gute an diesem veganen Teig ist, dass man den ohne schlechtes Gewissen roh essen kann. Weil normalerweise, wenn man normalen Keksteig macht, da sind ja eigentlich rohe Eier drin und rohe Eier sollte man ja eigentlich nicht essen. Aber ich habe überall Schokolade am Mund, aber an diesem Teig sind natürlich keine Eier drin, weil es vegan ist. Deswegen ist das super und man kann es ohne schlechtes Gewissen roh essen. Ich hoffe sehr, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wartet ab, es kommen bald noch mehr Kochvideos von mir und Backvideos mit veganen Rezepten, da ich ja jetzt versuche, mich vegan zu ernähren. Und ich hoffe sehr, dass es euch nichts ausmacht, dass dieses Video nicht super professionell gefilmt oder geschnitten ist. Ich mache das halt alles alleine und ich lebe hier halt wie in einer riesigen WG. Also mit anderen, wir sind 20 Leute hier im Haus und es benutzen nicht alle die Küche, aber viele schon. Und deswegen kann ich da auch nicht halt mit Kamera und Mikro und Stativ da rumstehen und filmen. Deswegen mache ich das Beste draus, was geht. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder auf meinem Kanal. Habt euch alle ganz toll lieb. Bis zum nächsten Mal.